Ich sage mal herzlich willkommen zu meinem Vortrag und mit anschließender Diskussion und Austausch Freie Gemeinschaft mit Verantwortung. Mein Anliegen zu sagen, ja Freiheit, Freiheit wagen, Freiheit zulassen und vor allem Freiheit angehen. Weil was bedeutet das Freiheit? Freiheit bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Ohne Verantwortung brauche ich nicht nach Freiheit zu rufen. Weil wenn ich mich nicht für meine Handlung verantwortlich mache, dann hole ich mir den Staat und verlange lieber nach Sicherheit statt nach Freiheit. Das soweit mal sozusagen in meinem Rahmen. Und jetzt ist eure Fragen, eure Anregungen, eure Gedanken. Bitte. Ja, also ich fand den Aspekt, dass es eine Übergangsphase geben soll, auf alle Fälle plausibel. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das mit dem freiwilligen Grundeinkommen auf Freiwilligkeit basieren soll. Also wo ist jetzt der freiwillige Gedanke, jetzt was zu geben und dass es dann die Grundgesamtheit wieder verteilt wird? Also wer gibt es? Also es gibt ein Unternehmen, mich. Ich gründe die Kriteria-Institution. Und ich sage jetzt hier deine Chipkarte. Im Endeffekt, du bekommst von mir sowas ausgestellt. Kannst ruhig mal rumgehen. Und das ist sozusagen deine Einsatzkarte für dieses System. Das heißt, damit sagst du, ich nehme diese Kriterien an und ich schaffe diese einfach. Das heißt, du hast ein elektronisches Konto, da werden die jeden Monat drauf gebucht, fertig. Mehr passiert erstmal nicht. Das ist der Anfang. Und die einzigen Bedingungen von wem, die du annehmen musst, ist natürlich zum einen, du akzeptierst natürlich auch Kedere und du hast dieses eine Prozent minus im Monat. Mehr musst du nicht annehmen an der Stelle. Und damit beginnt es. Ach, so wie so eine Bank. Genau. Also irgendwie, man muss das, ja, im Endeffekt die Server verweilen. Ja. Es wäre doch spannend, dass die Bitcoin zu machen, wo es komplett sozusagen offen ist. Aber das funktioniert in der Minussystematik noch nicht so. Das muss ich damit noch anschauen. Ich würde es eben erstmal als closed loop, weil es hat auch eine rechtliche Situation. Weil natürlich in Deutschland sind Komplementärwährungen, soweit sie in Bargeld laufen oder soweit sie Öffnungen zum Euro haben. Das heißt, wenn ich Euro tauschen würde direkt, läuft das in Deutschland ins Strafgesetzbuch. Okay, also eine Bank unter dem Aspekt des Vollgeldes, die das praktisch den Teilnehmenden verteilt. Okay. Ja. Und jeder Handelspartner entscheidet dann frei. Genau. Du kannst auch entscheiden, ob du Quoten annimmst. Zum Beispiel kannst du sagen, ich nehme 10% des Umsatzes in Krediere an. Kannst du dann sozusagen beliebig stapeln. Du kannst ganz beliebig langsam in dieses System einsteigen. Und das Spannende ist für jedes Unternehmen. Weil diese werden ja neu geschaffen. Das heißt, es ist zusätzliche Nachfrage. Es ist sozusagen bei Regionalwährungen, die Euros tauschen, da entsteht ja keine neue Nachfrage. Da wird es nur ersetzt. Aber hier kommt eine neue Nachfrage dazu. Das heißt, jedes Unternehmen kann für sich entscheiden, ob es diese zusätzliche Nachfrage erst mal macht. Wieso kommen neue Nachfragen dazu? Weil es neue Geldeinheiten sind, die sozusagen durch nichts ersetzt sind. Also wenn ich Geld tausche, dann hat immer noch nur einer Geld. Aber das ist frisch geschaffenes Geld. Es kommt einfach neu dazu. Mehr kann nicht. Es kommt einfach neu. Es müssen auch die neu dazukommen, die es dann annehmen und damit was entsteht. Also sozusagen. Naja, wir haben ja jetzt schon Wirtschaftszahlen. Wir haben jetzt schon Unternehmen da. Ja klar, aber erst dann, wenn ein Unternehmer es auch annimmt. Ja klar. Genau. Also insofern, es wachsen ja keine Menschen neu, sondern es kommt sozusagen eine neue Währung oder ein neues Zahlungsmittel geschaffen, ja. Was uns anders verbindet. Also im Prinzip, wir sind ja die gleichen Menschen, ja. Aber wir haben jetzt den Euro. Und den Euro, den hast du, kriegst du, indem du arbeiten gehst in der Regel, ja. Weil Kredite kriegen wir auch, aber alles, also du bist ja im Eurosystem, ja. Und da bist du auch gewohnt dafür, dass du beim Bäcker ein Brot für kriegst und so weiter. Und jetzt hier wird einfach mit neuen Spielregeln, im Prinzip. Es funktioniert immerhin, ich habe schon mal Monopoly gespielt. Genau, ist gut. Genau. Und bei Monopoly ist es ja so, du kriegst am Anfang Geld. Du musst nichts dafür machen, sondern es geht erstmal los, damit die Wirtschaft in den GFK ankommt. Und das ist sozusagen genauso. Genau. Es ist Monopoly-Geld. Wir sind uns einfach einig zu sagen, wir wollen jetzt Monopoly-Spiel, nennen das ganze Kriterium und fangen an. Genau. Und deswegen, und sozusagen, es ist keiner da, der vorher das Geld in dem Sinne irgendwas machen muss, sondern dadurch, dass wir uns auf Geldeinheiten einigen, die jedem pro Kopf zur Verfügung stehen, können wir Anfang darum sagen, Strafen zu kaufen und Geld zu bauen. Die D-Mark war auch so, am Anfang haben alle 40 Mark bekommen. Der Wandel, ja. Also im Endeffekt, die, um auch wieder neu zu starten, weil du musst Geld erstmal in den Umlauf bringen, damit es funktioniert. Weil sonst kann es ja keine wirtschaftliche Tätigkeit entfalten. Und das ist sozusagen dieses Thema des Vollgeldes, dass keine Schuld dahinter steht, das soll auch in gewisser Form gerecht haben. Weil derjenige, der am Anfang dieser Investition tätigt, muss dann die Schulden noch zurückbezahlen, obwohl er ja gerade positiv für die Wirtschaft oder für die Gesellschaft, für die Menschen tätig geworden ist. Aber das ist wie gesagt nur ein Teilaspekt, das ist es jetzt nicht. Kann ich vielleicht noch was Fragen zu dir, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Also das gibt es jetzt im Staat und das ist eine Versicherung und die gibt es jetzt da eben nicht mehr. Und wir sagen jetzt, wir machen eine Schule, Ablaufbanding, also jetzt komme ich ja aus Neukölln, da wohnen sehr viele verschiedene Menschen zusammen. Und die wohnen nicht unbedingt immer gern zusammen, aber irgendwie, es gibt halt eben, die Schule bezahlt jemand und nicht sie selbst. Und dann lernt man sich kennen in der Schule, weil es bezahlt ja jemand. Also die Leute haben sich nicht ausgesucht zu wohnen, aber es gibt eben, es gibt den Staat, der bringt die erstmal zusammen, weil es heißt eben, also die Öffentliche Schule, da geht die alle hin. Und ich sehe hier, habe ich irgendwie das Gefühl, ich sehe nicht so, dass da neue Gemeinschaften entstehen. So ein Graupfunding ist ja auch, ich spreche meine Netzwerke an, die finden gut, was sie hier machen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, es gibt kein Mitglied, also nichts, was Leute, die eigentlich sich fremd sind, zusammenbringt. Also ich würde jetzt sagen, die räumliche Nähe wird sie zusammenbringen. Aber wer sagt, dass die nicht gegeben ist? Du machst eine Schule, dann kommen die Leute, die ich gut finden. Ich mache überhaupt keine Schule. Oder wer macht die? Im Endeffekt derjenige, der ein Interesse hat, wirklich eine Schule zu machen. Weil die Sache ist, ich spreche auch nur mit so vielen Leuten, die freiheitliche Gedanken haben, auch heute Morgen die Lehrerin hat ja auch gesagt, was ist da für ein Irrsinn alles mit drinsteckt. Das heißt, im Endeffekt in so einem freiheitlichen System wird, im Endeffekt, es geht um Lernen, es geht nicht um Schule, es geht um Lernen, es geht um Bildung, es geht um Wissensvermittlung und die wird ganz anders funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir heute schon in dem Umfang vorstellen können, wie das stattfindet. Und ja, es wird kein aufgezwungener sein, weil für mich hört sich das ja an, okay, eine Schule wird sozusagen irgendwelche Sachen oder irgendwelche Gruppen zwangsweise zusammengemixt werden. Und was für ethnische Konflikte entstehen da, in Pulverfass, ist die Frage. Kommen die Leute freiwillig zusammen, vielleicht würden sich dann auch viele Konflikte einfach lösen, weil die Leute dann auf mehr Verständigung gehen. Aber ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob, Neuköllin hast du gesagt, ob sie es brauchen sozusagen zwangsweise zusammengesteckt zu werden, weil sie sich sonst überhaupt nicht in irgendeiner Form auf ethische Grundwerte einigen können. Und meine Vorstellung ist aber, ich glaube, Menschen können sich sehr wohl auf ethische Grundwerte einigen, solange sie nicht auseinanderdividiert werden. Und wir haben heute leider durch diese ganzen Systeme, diese Verteilungsdiskussionen, allein die Überlegung Hartz-IV-Empfänger, was da alles an Diskussionen läuft, um die Menschen voneinander zu trennen. Weil klar, es ist eine Herrschaftsstrategie. Teile und Herrscher. Und der Staat macht es perfekt. Der stellt die einen dahin, der anderen dahin und dahin und sagt, der muss jetzt den so pensionieren und den, den und schafft damit einen Haufen Konflikte, die ich glaube, wir Menschen untereinander, wenn wir nicht ständig das Gefühl haben, der andere nimmt uns etwas weg oder es wird, wegen dem anderen wird uns etwas weggenommen, können wir viel anders aufeinander zugehen. Es ist, wie gesagt, nur eine Vorstellung davon, wie ich glaube, dass Menschen mit weniger Konflikten tatsächlich miteinander umgehen, als diese Verständigungsorte zu erzwingen. Verständigung muss von einem selbst kommen. Naja, das heißt, hast du, dass du prinzipiell jeden Menschen, also, dass man ganz offen aufeinander zugeht. Hast du ein Problem mit irgendwie Gender, mit Ethnicity, mit Sexuality, mit allem, was da kommt? Ich glaube, Menschen haben ihre Schubladen, Menschen brauchen ihre Sicherheiten, wo sie Gruppen haben, die sie kennen. Aber ich glaube, diese Sicherheiten können wachsen, wenn ich nicht die Angst habe, wer nimmt mir was weg und diese ganzen Bilder von wegen der böse Islamist oder so weiter, obwohl er bloß in die Moschee geht, der hat mit Islamisten überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, diese ganzen Feindbilder, ich habe keine Ahnung, wie wirklich Menschen eine Welt funktioniert, die nicht diese ganzen Feindbilder pflegt. Also ich denke, was vielleicht wichtig ist, also ich habe so die Vorstellung des Wirtschaftspluralismus, ja. Weil Pluralismus ist ja eigentlich die Basis von Freiheit, dass du Auswahlmöglichkeiten hast. Also wenn jetzt nur, weiß ich, es gibt nur ein, also im Konsumbereich sind wir das ja gewohnt mit der Auswahl. Da haben wir, wird aber auch mal weniger, wird auch mal gemainstreamter durch unsere Art des Wirtschaftens. Aber im Prinzip kann ich mich sozusagen in der Mobilität schon mal grundsätzlich entscheiden zwischen Straßenverkehr und Schienenverkehr auf Land. Und sogar Binnenwasserstraßen gibt es auch noch, ja. Also da habe ich immerhin schon mal nochmal sozusagen drei Systeme. Und ich kann, also ich benutze in der Mobilität viele Systeme, ja. Also Straßenverkehr, Bahn und auch Schiff, aber meist auch Bahn und ein bisschen Straße. Und dadurch ist eine Auswahl gegeben, ja. Und jetzt ist ja sozusagen, könnte man sagen, der Effizienz halber, wir machen nur noch Straßenverkehr. In den USA ist ja ein Stück weit Schienenverkehr und Gütertransport und so, ne. Und dann hast du aber sozusagen deine Auswahl ja reduziert, ne, im Landverkehr. Gut, da gibt es noch Flugzeuge, ne. So, und jetzt stelle ich mir das in Wirtschaften auch so ähnlich vor. Und wir machen schon klassisch das auch. Wir hatten ja früher mal eine Subsistenzwirtschaft. Die war ja auch entkoppelt von dieser Euro oder von dieser Globalwirtschaft, ja. Und das ist ja ein praktisches Parallelsystem, auch in kleinräumig. Oder wir haben heute Tauschringe, ja. Und die Tauschringe muss ja auch nicht, das ist auch nicht die Forderung, dass jeder sozusagen jetzt mit dem anderen in Kooperation gehen muss. Selbst in der Nachbarschaft ist ja nicht jeder in dem System drin, ja. Es ist aber noch sozusagen per Definition, was kleinräumig ist. Jetzt kann ich mir aber über Geld vorstellen, dass wir viel großräumen. Also theoretisch könnte das Kredere auch weltweit funktionieren. Das sind im Prinzip auch die in den USA oder in Syrien oder weiß ich wo, ja, die das Systemgutfinder auch reingehen. Das heißt, wir können uns auch von diesen territorialen Gedanken trennen, ja. Also eine Währung ist ja klassisch, oder Geld ist klassisch wie eine Währung, immer territorial gebunden. Das ist aber eine historische Forschung in meinen Augen, ja. In meinen Augen ist das einfach eine Verbindung und Internet ist ja auch so eine Verbindung, ja. Also ich könnte ja auch, also wenn ihr einen Marktplatz Better Play, also wenn ihr sowas macht, ja, oder einen Marktplatz wie Amazon oder Ebay auch, also das sind ja virtuelle Sachen, wo auch wieder Menschen vernetzt sind über diesen Marktplatz, ja. Das heißt also, für mich ist es ein altes Verständnis des Territorialgedenks, so. Und jetzt können wir ja auch an allem sein. Also ich kann bei Amazon sein, ob es gut oder schlecht finde. Und wenn ich schlecht finde, gehe ich halt raus. Dann bin ich zu, weiß ich, nur noch zu 10 Prozent bei Amazon. Und zu, weiß ich, so und so viel Prozent bin ich halt auf meinem Regulmarkt, ja. Und so stehe ich mir das hier auch vor. Und dann können wir, dann bekämpfen wir uns auch nicht, weil wenn wir alles kennen, dann schätze ich Amazon, also wie gesagt, das ist jetzt ein blöses Beispiel vielleicht, schätze ich das, weil es da irgendwas Tolles gibt, weil es schön bequem ist, ja. Aber ich schätze meinen Biomarkt, weil ich da den Bauern die Anonymität nicht habe und bin in allem und bekämpfe auch nichts, weil alles hat sozusagen das Ende. Und wenn Amazon keiner mehr will, dann wird es halt Amazon nicht mehr geben. Deswegen der primäre Gedanke ist und bleibt im Endeffekt Vielfalt. Das heißt alles, alle Gedanken, die darauf hingehen, die Menschen zu irgendetwas bringen zu müssen, weil sie es aus irgendeinem Grund tun sollten, dann muss ich hingehen und die Menschen davon überzeugen. Es gibt keinen Grund und kein Recht im Endeffekt irgendetwas zu sagen, ich kann jetzt über eine Gruppe, sei es 5, sei es 100, sei es 80 Millionen zu entscheiden, ich weiß jetzt, was gut für euch ist. Und im Endeffekt genau aus diesem System rauszukommen und zu sagen, lass uns diese Vielfalt zu, geh einfach, lass dich darauf ein, du wirst genug Menschen finden, mit denen du zurechtkommst. Ja, das ist im Endeffekt einfach, wie gesagt, Freiheit ist das, was mich am meisten umtreibt und weswegen ich so auch heute hier bin. Zu sagen, Grundeinkommen ja, aber denk dran, es geht um Freiheit. Es geht nicht darum, diesen Levitatam wirklich zu stärken. Weil ich weiß, dass die Grundeinkommensdiskussionen, da ich da auch schon mehrere Jahre dabei bin, sie sehen nicht, was sozusagen dahinter steht. Sie schauen sich nur eine Seite an, eine Seite der Medaille und die dahinter wird vergessen. Aber was sind sozusagen eure Vorstellungen? Was glaubt ihr, passiert für euch in einer freiheitlichen Gesellschaft? Was für Zwänge, was für Aufgaben fallen bei euch ab? Weil es zum Beispiel, das Grundeinkommen soll ja auch dazu dienen, von wegen, dass diese Arbeitsplätze zum Beispiel angenehmer gestaltet werden für die Arbeitnehmer. Ihr habt heute kein, heute die ARGE oder die Agentur für Arbeit, wie auch immer sie sich gerade nennt, zwingt euch sozusagen, wenn ihr in diesem System bleibt, möglichst schnell wieder in den Job zu gehen. Der ist vollkommen egal, wie die eurer Arbeitsbedingungen aussehen. Wenn ihr ein Grundeinkommen in dieser freiwilligen Form habt, habt ihr auch eben wirklich die Ausstiegsmöglichkeit zu sagen, also jetzt finde ich nicht den passenden Job und mache drei Monate Pause, bis ich wirklich den passenden finde. Ich bin nicht darauf angewiesen, jegliches Einkommen zu machen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ihr arbeitet oder nicht, aber jeder Euro, den ihr erwirtschaftet, wird auch euch gehören. Du hast ja die Frage gestellt, was uns die Zukunft bringt, wo der Weg hingeht. Ich bin der Meinung, es wird genauso das passieren, was wir hier heute eintüten. Es wird genauso kommen, weil alles, was wir heute haben, wurde ja auch mal so eingetütet. Ja, es ist alles einfach entstanden, dass alle gedacht haben, hey, wir machen das mal so, wie wäre es damit? Und dann haben sich viele solidarisiert, haben erst alleine gestanden, gesagt, ich bin der Einzige, der so denkt. Dann haben zwei andere gesagt, ey, finde ich aber gut, was du da denkst, mach ja mal mit, blub, 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 blub. Und plötzlich denken wir alle, meinen heute so, dass das einer mal gedacht hat, das wäre für alle das Richtige. Muss aber gar nicht, weil du hast so ein System, andere haben ein ähnliches und findest ein zweites, das ist auch wünschbar. Passt ganz gut zusammen. Und wenn wir intensiv daran arbeiten, das so umzufahren, dann wird das auch genauso kommen. Und das andere System ist für mich dann überhaupt keine Diskussionsgrundlage. Das ist entstanden, es vergeht wieder, genauso wie alles andere auch entstanden ist und wieder vergeht. Das ist einfach, das ist normal. Das ist Bio pur, sage ich immer, das ist für die Natur. Das entsteht und vergeht, Kreisläufe. Und deshalb mache ich mir über das System, was wir haben, keinen Kopf und gehe auch nicht davon aus, dass es irgendwie Bestand hätte. Das ist irgendwie dauerhaft angewiesen. Das ist eine Zeiterscheinung. Im Lauf der Menschheit ist eine gewisse Zeit mal so, wo ein größerer Teil der Menschheit glaubt, das wäre das Richtige. Das ist ja nur eine Glaubensfrage. Und wenn ich morgen glaube, das ist das Richtige, da wird übermorgen dieses System da sein. Und das Historische, glaube ich, das Historische, was wir da haben, ist sozusagen dieses Informationszeitalter. Also wir hatten ja, als der Buchdruck kam, da wissen wir auch, also mit Lothar und der Boah, was da passiert ist in der Gesellschaft. Und da war das sozusagen ja auch so eine Informationskiste. Und jetzt haben wir die Geschichte, jetzt können wir uns plötzlich P2P, also auf Augenhöhe können wir uns ja vernetzen. Wir können das, das ging davor ja nicht. Und deshalb sind diese Zentralstrukturen, die bisher nötig waren, dass wir uns organisiert haben, nicht mehr erforderlich in der Form. Ja, weil es gibt gar keinen Grund mehr. Ich merke das in meiner alltäglichen Arbeit. Ich bin auch Projektkoordinator. Ich nenne mich nicht mehr Projektleiter, sondern Koordinator, weil ich versuche, was zu koordinieren. Es wird immer schwieriger, Leute. Weil es ist so, wir haben immer mehr Vernetzung. Ich kann gar nicht mehr planen. Das ist wie die Natur. Es ist sozusagen durch diese stärkere Vernetzung. Ja, es ist gar nicht mehr so, dass ich sagen kann, so und jetzt marschieren wir mal alle über Militär. Jetzt mal so lang. Das wird immer weniger möglich, weil die Vielfalt steigt, die Vernetzungen zwischen uns steigen. Und ich muss ein bisschen mehr, wie mit Natur, müssen wir auch mit uns umgehen. Ja, gucken wir mal, wächst da was, wird da was sozusagen. Ja, ich kann nicht sagen, so und jetzt hier, boff, und die Leute wollen es ja auch nicht mehr. Sie ist Stuttgart 21. Also wir sind eigentlich schon längst so weit. Ja, wir müssen nur, wir Deutsche sind wirklich die Sicherheitsheimis. Ja, wir hängen also, mein Gott, ja, was passiert denn? Wir sind so, wir wagen und wir trauen uns nicht. Aber dann darf ich morgens nicht aus dem Bett steigen, weil ich kann auf die Straße, ich muss die aller Straßenverkehr, warum sind wir da nicht dagegen? Da sterben die meisten Menschen. Mehr als im Zweiten Weltkrieg sind inzwischen in Deutschland unter Straßen gestorben. Ja, da gehe ich nicht ganz mit, weil die Deutschen sind ein sehr mutiges Volk. Okay, danke. Also wenig Sicherheitsbewusstsein, sondern hohe Risiko schon immer ausgestattet, auch gerne. Wir machen mal und tun auch mal. Ja, es ist genau, eigentlich keine Sicherheit dahinter, wenn ich so erlebe. Wenn ich nicht tue, dann habe ich ein vermeintliches Sicherheitsgefühl. Aber das Tun, das Handeln ist eigentlich Unsicherheit, weil derweilig, ne, gehe ich ja in ein Feld rein, was ich nicht kenne. So, und das ist eigentlich mehr so mein Eindruck, auch von dem, was wir hier machen. Aber das ist nicht bei allen, poppt das so auf, das poppt so hier bei Martin so auf und sagt, mach ich doch, hindert sich ja keiner dran. Niemand hindert sich daran zu sagen, ich mach das. Ja, so Theorie U, habt ihr vorher gesehen, schade, ne? Fängst an, lässt mal wirken, guckst mal, was da wird, machst ein Prototyp an Abtipos. Genau. Und wenn es ein geiler Prototyp ist, dann fahren alle die Nachricht. Da wollen alle das nicht haben. Krillere ist mein Ding. Ja, aber du musst dir auch, die gehen auch schon alle mit. Mach dir keine Sorgen, jedes Ding braucht so eine Zeit und es ist so, wie es ist, ist gut so. Genau, ich habe hier meine Zeit genommen, um genau das voranzubringen. Ja, wunderbar. Das heißt, es ist eine kleine Berge mitmachen. Das wird sie ja. Stück für Stück. Ja, genau. Und wirken lassen. Das ist immer wieder der Prozessmus durchlaufen. Deswegen ist es vor allen Dingen, wie viel Freiheit könnt ihr für euch selbst wirklich vorstellen? Weil das ist das, was ich immer wieder wiederholen muss. Die Freiheit wird heute kaum je in Frage gestellt, weil wir glauben, in einem freien System zu sein. Und erst, wenn wir uns anfangen, wirklich frei bewegen zu wollen, merken wir, wo wir überall in Grenzen stoßen. Ich versuche, als Unternehmer tätig zu werden. Ich versuche, irgendeine Bar aufzumachen, ein Geschäft aufzumachen. Du wirst plötzlich feststellen, wie viele Leute dir auf die Füße treten, zu sagen, okay, wo sind die Richtlinien von wegen eingehalten, Gesundheitsamt, noch und nöcher. Wer dir alles sozusagen reinzuschauen. Das wirst du mit einer anderen Währung bewegst dich doch immer noch in dem gleichen System. Ja, aber diese Währung und das Ziel ist, dieses System zu schwächen. Weil ich kann, eine Revolution bringt nichts, Revolutionen machen nur das alte nochmal neu. Und deswegen ist es, um die Menschen aus diesem System zu lösen. Weil sozusagen das, was das Grundeinkommen tatsächlich mitbringt, aber hier auch eben Frau Freiläger war zu sagen, fangt an, euch Gedanken sich davon zu lösen, von diesen ganzen Sicherheitsstrukturen, von diesen ganzen Sachen. Weil wenn die Leute zur Wahl gehen und meinen, sie fordern dies und jenes und jenes, sie gucken nicht, wie die Kosten dafür entstehen. Sie setzen das sozusagen mit ihrem Steuerzettel, da ist, ich weiß nicht, wie die Leute es schaffen, davon zu streben, ich bin in Freiheit, gehe wählen und dann habe ich meinen Notzettel und gucke drauf, wie viel bleibt bei mir, wie viel geht weg. Also wie gesagt, für mich war es immer unglaublich. Wie wird sozusagen Freiheit gedacht, in einem System, wo ich es nicht erlebe? Aber es gibt ja nur eine Ursache für Sicherheitsrechte, das ist das, was du so gemacht hast, mit der Schatzruhe. Mit dem vermeidlichen Gedanken, ich tue mein Gold da rein, es liegt und es wird mehr. Und das ist der einzige Background, dieser Zins, 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 die denken, ah, ich tue das hin und dann ist alles hier. Und das ist alles Wünsche, liegendes Volk, das ist eine Kiste, das ist tot. Aber du nötest es nicht, wenn du jetzt mit einer Parallelwährung in dem System, das ist, wobei, selbst wenn du sagst, wir beide wollen jetzt ein Geschäft machen, mit, ich sage, Krediere ist super, aber ich bewege mich doch immer noch in dem Konstrukt dieses Systems. Nein, aber das ist... Wenn ich erst ein Bar aufmache, habe ich dann so ein Beispiel. Genau. Und sag, jetzt tut mir das Gesundheitsamt, das Abend, das Abend. Dann kann ich immer noch alle mit Kredieren bezahlen, wie ich will, wenn ich trotzdem die Regeln erfüllen muss dieses Systems. Ja, aber der Witz ist doch, dass die Basisregel von unserem heutigen globalen Wirtschaftssystem, das Geldsystem ist. Ja, genau. Die wird nämlich nicht hinterfragt. Der Schuldner muss sozusagen dem Gläubiger das zahlen. Das sehen wir einmal, mit Griechenland, einmal hatten wir Schuldenschnitt gehabt, ein einziges Mal. Aber eigentlich bleibt diese Regel immer stehen. Ja, und die gilt für Dollar, für Euro, für überall. So. Und unsere Steuersysteme sind zum Teil Reparatursysteme für dieses System. Ja, also eine soziale Marktwirtschaft ist eigentlich nur ein Reparaturmechanismus für dieses Kreditgeschöpfte Geld. Ja. Und alle die Systeme sind darauf aufgebaut. Und wenn ich jetzt an die Basis gehe, dass die Menschen merken, sie können anders miteinander umgehen, wenn ich in einer kleinen Kommune bin, in Berlin gebe ich zu, wird es schwierig. Aber ich sehe das ja bei der Energiewende. Saarweg. Fahrt mal nach Saarweg. Das ist im Nordmünsterland. Guckt euch an, wie da der Bürgermeister, es geschafft hat, seine 7000 Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Schulen und so weiter. Das ist eine Energiewende. Also dieser Ort schafft die Energiewende. Er ist so attraktiv, wir haben es schon gesagt, wir wollen nicht mehr 10.000 Leute, weil dann kippt die Qualität. Das ist klar. Wird aus der Quantität eine neue Qualität. Und da, die machen das gemeinschaftlich, die Lebenenergiewende. Und dann hast du das, wenn du das sozusagen so, wenn es so kapiert wird, dann wirst du auch, du musst wehrhaft sein und mutig sein. Das ist ganz klar, dass am Anfang kommen die Leute, aber sie können es ja irgendwann nicht mehr, weil die Bürokratie ist irgendwann auch nicht mehr stark genug. Also ich gebe dir natürlich recht, du kannst nicht, wenn wir jetzt morgen mit dem Ding anfangen, in der kleinen Runde hier, wirst du noch keine freie Kneipe aufmachen können, wo sozusagen diese Sachen sind. Das Einzige ist dann eben, in diese Grauzone zu wandern. Und je größer, stärker das Kriterium wird, desto stabiler wird so eine Grauzone, die vom Staat nicht erreichbar ist. Weil du machst sozusagen diese Insider-Kneipe, das ist ein privater Raum, das ist keine Kneipe, das ist nicht öffentlich, das ist sozusagen nur auf Einladung. Machst du geschlossene Gesellschaft und das sind so dann die ersten Schritte, wo du dich sozusagen versuchst, um diese Sachen drumherum zu finden. Der Staat wird versuchen, wer zu sein, aber je weniger Geld er bekommt, je weniger im Endeffekt er in der Lage ist, dass zum einen wird er sein Gesicht zeigen, das heißt, er wird zeigen, wo er im Endeffekt solche freiwilligen Zusammenschlüsse, kooperative Zusammenschlüsse zwischen Menschen, ja, das ist sein Gefahrenpotenzial. Und klar, es ist ein schrittweiger Übergang. Und jeder, der, also es kommt auf die ersten Mutigen an, die sozusagen bereit sind, sich mit dem Staat anzulegen und sagen, dann schauen wir doch mal, wer hier die Lägeranil hat, wenn sie sozusagen den Rückhalt in der Gruppe haben. Ich habe da zwei sehr schöne, klassische Beispiele. Einmal habe ich mir eine Tauschung mitgegründet und bei einem Tauschhängen war es so, dass wir auch einen Umrechnungsfaktor vereinbart haben mit Gewerbe. Das heißt also, wenn jemand dann mit Gewerbe getauscht hat, dann haben wir gesagt, eine Stunde ist sechs Euro, damit die was buchen konnten. Aber die können keine Zeit buchen in der Ladenkasse. Das wurde mal so gemacht und dann kam das Finanzamt, wo aufgrund einer Steuererklärung eines Gewerbetreibenden, das rief dann wieder an, ich hatte bei einem Orga-Team, man sagt, ja hören Sie mal, Sie sind Tauschhängen und Sie haben ja drüber gesagt, wie machen wir denn das jetzt? Sie müssten ja irgendwie dann auch mal Steuern bezahlen und generell umsetzt, sage ich, das ist alles schön und gut. Ich sage, wie wollen wir das denn machen? Was für einen Vorschlag haben Sie? Ja, ich sage, wir haben kein Geld als Tausch- und Tausch- und Tausch- und Lebt ja eben ohne Geld. Haben wir nicht. Wir haben Talente, die werden verrechnet und so, ich könnte Ihnen dann aber so Montagvormittag mal jemanden schicken, der da, oh hier so Rabatten mal sauer, ich sage, irgendwie, hast du dir nicht gemerkt, klickert, 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 da geht noch was dran. Da war das Geld aus dem System. Und Rums, war es beim Finanzamt, die Luft war, ja, schuldige, dass ich angerufen habe, blubbt mir nie wieder was gehört. Das nächste ist, ich bin bei Atabaha mit, kennt ihr auch vielleicht von da ein bisschen, Solidargemeinschaft im Gesundheitswesen, ja, da diskutieren wir mit Krankenkassen. Was ist Solidarität? Wie geht das? Oder eben kein Heilmittelkatalog, sondern eben das, was du brauchst. Und du kriegst dann Geld, wenn du es brauchst. Und sie so, äh, wie geht das? Und so, ganz anders, krediert er genauso, dass es funktioniert. Und das ist immer wieder so, dieser Stöpsel an der Badewanne, zieh mal den Stoppen und pssst, das geht ganz schnell, solche Dinger funktionieren rasend schnell, ja, wenn die Leute auch wirklich mal daran arbeiten, mal mitmachen. Das lebt davon, just do it, setzt es um und dann hast du schon ein Stück der Freiheit. Dann fängt das mit 5% Freiheit an, dass du schon mehr als du heute hast. und dann kippt das nächste hinten hinter, plopp, 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 eins und andere kippt weg, weil nämlich das Geld verschwindet. Und das Geld aus dem Kreislauf verschwindet, in dem klassischen Sinne. Du hast alle Freiheiten, also alle Freiheiten der Welt, ohne das Geld als Zwangsmittel, als Unterdrückungsmittel, bist du frei, du hast ein Shirt und weibes, du willst. Keiner pinkelt dir ans Bein, so mal aus Erfahrung. Und das sind die ganz vielen Bausteine, wie gesagt, Tauschringe, Komplementärwährung, wie auch immer, andere Systeme, Solidargemeinschaften, Transition Town, und das sind alles die kleinen Dinger und dann machen wir den Luftballon so leckerlich mit und dann kommt ganz, ganz der Staat in Argentinien hat eine Zeit nur mit Tauschding gelebt. Geht doch. Ja, bis der IWF kam und den Druck gemacht hat. Oder Wirkel wäre ja auch genial geworden, wenn damals nicht, ne? Ja. Der Staat, oh Gott, oh Gott, das entwickelt sich zu gut, wir machen die Klappen zu. Du bist da noch an der Historischen, weil ich das sehr wichtig finde, weil wir leben in so Zeiten, Ende der 20, Ende der 30, weiß ja nicht. Es gibt wirklich, das hat einer recherchiert, der so eine Zahlungssystemgesellschaft hat, im Auftrag von Margaret Kennedy, also an der Huberstiftung, wie heißt der Huberstiftung? Ja, Huberstiftung. Das ist wirklich, genau, das wirklich ist nachzuweisen, es gab eine Menge Finanzinformationen damals in der Zeit, aber es ist aber eine hohe Arbeitslosigkeit und die Leute haben sich selber geholfen und da gab es sogenannte Ausgleichskassen und auch andere Dinge, aber diese Ausgleichskassen-Idee ist dann im Prinzip, hat sich auch verbreitet und es lässt sich nachweisen, der letzte Wirtschaftsminister, der war auch Liebschleicher, hat sozusagen, das System fand es gut, wollte es auch beobachten und legalisieren oder in die Politik wollte es sogar einführen. Und bei den Nazis waren auch ein Teil, die haben gesagt, super, klasse, baut Arbeitslosigkeit ab, das wollen wir ja, andere haben natürlich gesagt, wir wollen gewählt werden, das ist ganz gut, wenn die Arbeitslosigkeit immer hoch bleibt, wie es immer so ist, unter Menschen. Und dann ist wirklich, lässt sich nachweisen, dass mit der Machtergreifung, also mit dem Gespräch, Adolf Hitler, Krupp und der anderen vom Großkapital, dass dort gesagt wurde, aber diese Finanzinnovationen müssen geschlossen werden. Und da hat wirklich die Zentralbank, die Reichszentralbank, hat dann zuständig war. Genau, die war zwar für Österreich noch nicht zuständig, aber im Endeffekt, die österreichische Zentralbank hat sich an der deutschen Reichsbank damals orientiert und hat sozusagen das mit umgesetzt, das dämtliche, komplementär, Alternativwährungsmodelle. Es gibt einen, so wie es dann später auch Bundesbankmonopol wurde, Geldmonopol und da ist nichts dagegen. Und das existiert halt auch heute. Deswegen die Variation nicht im Geldschein, es darf kein Geld gedruckt werden. Das wird zwar heute in den Regelgeldern nicht justizial verfolgt, aber die Gesetze sind da. Das heißt, die können sofort loslegen. Und deswegen das Einzige, was im Moment so weit das aktuelle Gesetzestand ist, können natürlich neue Gesetze machen, ist geschlossener elektronischer Währungsreislauf. Ist man eventuell sogar aus der BaFin raus, aber das muss ja im Einzelfall abgeklärt werden. Aber wir sind historisch, wir müssen es jetzt lernen. Das ist so ein täglich größtes Murmeltier. Also entweder wir kommen jetzt wieder in so einen Faschismus rein oder wir haben die höhere Freiheitsstufe. Ansonsten sind wir wieder, es ist wirklich, es ist so. Es ist damals, was auch wir sind, es ist wirklich wieder historisch, dieses Bewusstsein müssen wir einfach haben, also Geschichte lernen. Wir haben schon einen Totalitarismus. Wir haben eine Alternativlosigkeit, die Frau Merkel erzählt, mit der Bankenrettung zum Beispiel. Wir haben alle möglichen Dinge, wir sind in einer Einfallskrise. Wir haben wirklich ein monistisches, ein einfältiges System, ein einfältiges Denken und die Freiheit entsteht nur mit Vielfalt. Also nur so. Für mich ist auch, also wir haben sozusagen nicht die Wahl zwischen totalistisch und frei, sondern es wird sich genau beides zuspritzen. Das heißt, einige Leute, je schneller, desto besser werden diese freien Systeme einsteigen. Und im Endeffekt ist, für mich ist sozusagen der Impuls zu sagen, möglichst schnell die Systeme hochziehen, weil das andere wird nicht kollabieren, sondern es wird sozusagen wahnsinnig werden. Ja, weil es im Endeffekt sozusagen der Wahn, dass es überall angegriffen wird, was da eventuell dann nicht verkehrt ist, aber dass eben die Substanz wegbrüttelt und dann krampfhaft versucht, die Dinge zusammenzuhalten. Und das werden wir im Endeffekt tagtäglich merken, dass es immer mehr auf die EU geschoben wird, damit es abstrakt bleibt, aber trotzdem wird immer mehr durchreguliert. Es wird versucht, immer mehr ins kleinste Detail, jemand, der auch nur annähernd irgendwo mal im Steuerrecht zu tun hat, weiß, also ob man das mit einem normalen Verstand wirklich noch geschafft, weiß ich nicht. Es sind so komplizierte, widersprüchliche Regelungen, dass man nicht in der Lage ist, eine Steuererklärung zu machen, die keine Fehler enthalten oder für die man nicht sozusagen in den Kraft wandern kann. Aber der Wahnsinn ist ja nicht nur in diesem System, in dem Geldsystem, der ist jetzt auch schon, wenn ich S-Bahn fahre in meinem Gebiet, ja, ich kann nicht mehr ruhig S-Bahn fahren, weil alle Türen piepen, ja, weil, ja, damit die Blinden, die nicht taub sind, die Türen finden und die Blinden finden die Türen aber nicht, weil es so laut piept, dass sie die auch nicht mehr finden. Also, das ist genau das, was die EU macht, ja, also wir kriegen, und es hat jetzt auch diese Geschichte unterschätzt, welche Macht die EU hat, ja, wirkliches Leben. Die Banane wird immer so scherzhaft, die Bananen kommen, ha, 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 lachen alle, aber in Wirklichkeit, wir haben die Brandschutzsache, wo sie jetzt alle rumlaufen, wo die Sofas aus den Studenten-Innis sozusagen in den Unis rausfliegen, ja, wir haben die Türen, die sozusagen Terror machen, ich kann wirklich nicht mehr ruhig S-Bahn fahren, also es ist wirklich so, es ist kein Scherz, ja, wir haben das alles und das ist genau das, was du jetzt sagst, das System wird wahnsinnig und wir haben ja auch schon die Drohnen, wo bald der Mensch weggenommen wird beim Abschuss, ja, also wir haben bald, hat dieses System wirklich Techniken geschaffen, wir schaffen unseren Feind selber, also dieses System schafft Kampfroboter, also alle Romane werden übertroffen, Terminator und so, also die Realität ist noch schlimmer. Aber was ist der Kern? Der Kern ist Angst. Ja, das ist nämlich, in unserem Kern, nackte Angst, sonst nichts, da ist nichts weiter da, Angst um alles, Geld geht weg, ich kann dies und das nicht und die Luftplatten stecken, und so weiter und das Gegenteil davon ist, angstfrei leben, ganz angstversorgen, mache ich einfach. Dann bin ich bei Atterbahnen und sage, komm, die Krankenkasse, was wollen die denn? Wollen die mich verhaften, am Baum hängen oder, was wollen sie tun? Ja, ich arbeite regulär wieder, sogar in meinem hohen Alter, normal angestellt und mein Chef weiß, die Krankenkasse hat er nicht, du musst deine Krankenkasse, ich bin mit Atterbahnen und, ja, was wollen die da tun? Oder werden mir da was tun? Da kann man mich mal eine Woche einlaufen und sage, gut, ich gehe mal eine Woche in der Kinder, mache ich ein Buch, bitte raus, alles in Ordnung. Wer will mir da was? Genau, jetzt fand ich im Endeffekt, was sind wirklich die Konsequenzen? Das heißt, wenn das Regeln nicht einhalten, was sind wirklich die Gefahren? Weil, solange die Gefahr abstrakt und bleibt, stelle ich sie mir viel größer vor, als sie vielleicht tatsächlich werden kann. Und am Ende, am Ende, die ausführenden Organe sind Polizisten und die sind Menschen. Und wenn man den Menschen nicht begegnet, bin ich mir sicher, dass die meisten, die absolute Mehrheit davon, auch Menschen bleibt. Aber das ist eben die Frage, wie gehe ich auf die zu? Als Feinbild, weil sie das repräsentieren oder gehe ich die Abstraktion zu sagen, der Mensch ist der Polizist, der, der, hier diese, diese, mehr als 50 Prozent, der ist das ganze Jahr über in seinem Dienst. Und zu sagen, ihm darüber aufzuklären, wofür steht er? Wofür will er wirklich stehen? Und die meisten Polizisten, glaube ich, haben den Job angefangen, weil sie in der Liste waren, um Menschen zu schützen, um Menschen zu helfen. Ja, vor allen Dingen, man sieht es auch bei den Politikern, die sind doch alle nur noch Funktionäre. Also wer führt dann eigentlich eine Maschine? Also im Prinzip ist es nicht mehr so, weil Menschen verändern sich. Das sieht man ja in diesen Organisationen. Selbst die Grünen, die immer anders kamen, haben sich in diesem System parlamentarischer Demokratie verändert. Die Piraten haben sich auch ein Stück weit aufgerieben, ja, an diesen Sachen. Also wir sehen immer wieder, es sind Strukturen, an Systeme und hier ist es ganz extrem, finde ich, dass es eine Maschine ist, die uns nicht mehr dient, sie zerstört unseren Lebensraum, ja, Stichwort globaler Klimawandel. Sie sozusagen nimmt, frisst die Ressourcen auf, macht irgendwie, macht uns abhängig, so abhängig von irgendwelchen Produkten, die wir eigentlich nicht brauchen, ja, die wir meinen zu brauchen, weil es Ersatzbefriedigungen sind und es ist wirklich eine schlimme Maschine, und das müssen wir uns klar machen. Das ist noch schlimmer, das System braucht uns nicht. Ja, stimmt, das braucht uns nicht. Das ist ja bei den Filmen mit den Bedingungs- und Grundeinkern, haben wir so schön drüber gekauft, dass es dann eben hieß, die Hälfte ist sowieso schon Empfänger von Transverleistungen und den Rest brauchen wir gar nicht mehr. Wir werden eigentlich, für das, was da abgeht, braucht man uns gar nicht. Wir können es nur bleiben und es gut sein lassen. Das System läuft eh weiter. Und wenn alle, alle Leute auf der Welt sagen, nö, mach ich nicht, das ist ja auch gut, das System halt weiter. Das ist so ein Selbstgänger. Dafür ist Kapitalismus auch erfunden worden, als Selbstgänger. Das ist ja nicht gemacht worden für den Menschen, gegen den Menschen, sondern als System, als selbst sozusagen, kapitel und mobildesign mal, als selbst drehendes System. Ja, also ich... Man braucht uns nicht. Ja, also nicht ganz, weil wenn der Staat tatsächlich keine Menschen hätte, sollte er nicht existieren. Ja gut, das ist eine andere. Die Existenzfrage wäre eine andere. Genau. Aber die Systemfrage ist die, das System braucht uns dafür nicht, um zu leben. Du musst nicht mehr einkaufen, die Maschinen läuft. Ja gut, das sind unterschiedliche Mechanismen. Mir geht es ja primär um den Staat, um immer wohl das Gewalt. Dein Aspekt ist richtig. Weil im Endeffekt, ob es darum geht, wir eine Wirtschaft, wenn wir weiter haben, ob die kapitalistische, reine Lehre sozusagen, das Glücklichmachen, das ist was anderes. Aber deswegen mein Appell, nochmal einfach mitzunehmen, es geht um Freiheit, um zu überlegen, wo sind die eigenen Freiheiten, wo sind sie begrenzt und ob ich diese Grenzen weiterhin akzeptieren möchte oder ob ich sage, nein, ich habe ein anderes Mensch, ich glaube nicht, ich gehe nach Aristoteles und sage, der Mensch ist dem Menschen ein Freund, meine Formulierung, zu sagen, und damit gehe ich raus und damit schaue ich den Menschen an und damit entlasse ich euch auch zu den anderen Menschen zurück und danke für eure Aufmerksamkeit.